Moment, ich habe auch ein Messer. Du hast alles, ja? Ja. Toll. Um diese markanten Bäume hier liegen Nüsse. Die sind gut. Also, vielleicht liegen da Nüsse. Vielleicht ist es auch nur random. Okay, warum geht das jetzt nicht? Hm. Ich habe schon wieder Egel. Moment. Kann das sein, dass mein Messer nicht mehr so tipptopp ist? Steinklinge. Ich weiß nicht, was du gerade machst, du bist hier total eingefroren und ich kann nicht an dir rumgrabbeln. Oh Gott, ich kann einen Drink benutzen. Steinklinge. Ja, gehst immer von meiner Steinklinge weg. Nee. Halten zum Abschneiden. Aber ich krieg nichts. Nee. Okay. Okay, warte mal, schau mal. Ja, ich kann mir hier mal ein paar Steine geben. Du dir vielleicht auch mal eine Steinklinge. Warte mal, ich geb dir mal, äh, einen Gegenzug, äh, äh, hier. Die kannst du essen, das gibt ein ganz klein bisschen, äh, Feuchtigkeit. Ah ja, sehr gut. Und, ich hab hier noch eine Nuss für dich, die gibt Fett. Ich lass fallen. Mhm. Und dann hab ich ganz viele Pilze. Äh, also wie gesagt, ich kann mit dem Tapir irgendwie nichts machen. Okay, also. Ähm, Werkzeug. Nee. Seile. Ich hab doch die Steine genommen, die sind im Rucksack, ne? Herstellen. Hm. Zwei Stück. Steinklinge. Herstellen. So, jetzt hab ich ne Steinklinge auf Position 1. Ja, die kann ich rausziehen, sehr gut. Hm. Tut sich, hat das nicht wenig, ne? Da steht E, halten, abschneiden. Ja. Wo ist das Viech denn fest? Ich seh vor lauter Blättern ja nix. Kann man den aufheben? So ist es nicht. Es ist ja auch aus hier wie ne Palme, kann ich nicht fällen. Wie lege ich sowas jetzt? Wie lege ich jetzt wieder zurück? Macht aber wirklich kalt, wie wenig, ne? Oh nein, mein Ding ist kaputt. Kann ich irgendwie schütteln oder sowas? Warum kann ich mir keinen von der Palme wedeln, ne? Ist doch scheiße. Das ist schwer, ne? Wenn man so gar nicht weiß, wie es geht, dann ist, äh... Ist das auf meinem Wasser oder ist das Dreck? Na, ist Dreck. Ja, ich weiß, dass du lustig bist jetzt. Und wir kommen auf diese komischen Palmen-Dinger ja nicht drauf. Wie legt man denn Werkzeug wieder weg? Kugelgürteltier. Fleisch halten. Juhu. Hier ist ne Wand. Und? Ah, Wasser. Ah, Wasser. Wasser unsicher. Das muss abgekochen, ja? Wenn ich das jetzt... Die Frage ist... Feuer, aber die Frage ist ja... Ja, wir haben keine Kokosnüsse. Ja, aber wo sind denn Kokosnüsse? Sie hängen doch in der Regel an einem Baum, oder nicht? Hm. Hm. Oh nein, ich hab Parasiten. Hast du Wasser getrunken? Ja, er musste ich, aber sonst wär ich ja tot. Hm, Gott, jetzt hab ich ja Parasiten, ne? Aber... Hm, dann kackst du mir die ganze Höhle voll, weißt du? Ah, ich bin mir nicht so ganz sicher. Läuft wohl nicht. Irgendwie kriegt die Parasiten auch wieder los. Apfelschnecke. Hm. Hm. Die haben aber auch viel Parasitenschnecken, ne? Wird vorsichtig. Ja, ich hab's jetzt mal gesammelt. Einen Stein sammle ich auch mal noch. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall hier eine Wasserquelle hatten. Das ist schon mal gut. Da ist ein Ameisen wär, der guckt mich komisch an. Klatschimank. Ob der will mich gleich fressen? Hm. Na, die Parasiten werden ja irgendwann wahrscheinlich wieder ausschreien. Hoffe ich dann mal. Er kackt wieder in die Höhle. Ich seh's. Timber! Der Hashtag. Ich muss mich ausruhen. Ist das schon wieder dunkel, ne? Ah, das ist echt. Wo ist denn der Eingang? Warte mal, das war doch die Höhle rund... Hier ist die Falle, ne? Hier. Achso. Hier müsste dann der Höhleneingang sein, ja. Ah, Bananen. Sehr gut. Bananen. Warte müsste der Höhleneingang gewesen sein, oder? Glaube ich. Ja, ich bin da. Ich bin am Höhleneingang. Ah, ne. Ah ja, ok, ne. Aber langsam kenne ich mich hier ein bisschen aus. Ja? Brauchen wir dir keine Schilder aufstellen? Nein. Nein, nein. Was? Nein. Stopp. Hör auf. Sorry. Ich hab schon wieder Egel. Was kann denn das sein? Ich hab vier Parasiten. Ich hab auch Egel. Wir müssen uns mal wieder ein bisschen abfingern. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich hab da übrigens zwei Scheite gefunden. Hm. Willst du mich mal eben abfingern? Kann ich nicht abfingern. Aber wenn ich Egel habe, dann hör doch mal auf die Sachen zu greifen. Du sollst mich abfingern. Ja. Es geht ja nicht. Du bist unglaublich. Ehrlich. Ja, komm. Ich glaub, ich darf jetzt einfach mal stehen. Hör mich an. Nein. Ich kann dich nicht. Du hast doch gerade damit Kohle genommen. Ich hab jetzt Kohle genommen. Ich hab Kohle genommen. Ja. Wo hast du mir überhaupt deinen Egel? Er hat mir gesagt, ich hätte Egel. Hast du noch welche? Weiß. Wo soll ich das wissen? Das sieht irgendwie nicht so aus. Du kannst dich doch untersuchen. Ich hab auch irgendwo Egel, aber ich weiß nicht genau wo. Wo soll ich denn Egel erkennen? Kann man das auch drehen? Da. Am Fuß. Okay. Zwei Stück. Hier. Okay, ich hab auch am Fuß welche. Ja, die kann ich dir ja auch abziehen. Aber hier sind wir weg damit. Die beißen. Kommst du da dran? Ja, ich hab sie doch jetzt. So, jetzt guck ich mal eben noch den anderen Fuß. Da scheinlich nichts zu haben. Ah. Okay. Ich hab hier noch am Fuß. Nix. Und Arm. Nix. So. Jetzt hab ich meine Hand hier. So. Wo hast du denn? Ja, ich hab am Fuß. Ich seh keinen einzigen Egel. Welchen? Links oder rechts? Da. Moment. Rechts und links. Ich komm nicht dran. Liegt das an der Waffe? Wie legt man denn eine Waffe aus der Hand? Hilf mir doch mal. Da. Jetzt Egel. Thirsty. Da hinten ist auch noch einer anders. Genau. Moment. Auf dem anderen Fuß hab ich auch noch welche, glaub ich, oder? Ne. Jetzt müssten alle weg sein, ne? Ja. Ja. Ist das anstrengend. Das Spiel macht mich fertig. So. Ich sammel hier mal die Kohle auf. Wie schaut's denn mit Essen aus? Nahrung. Ziemlich am Boden. Dann würde ich jetzt erstmal kurz schlafen. Und dann ein Feuerchen wieder machen. Jetzt macht der da den Penne, Mats. Sonst kann ich hier kein Essen machen. So. Dann brauche ich wieder mein Feuer. Ah, scheiße. Wir haben keine Blätter. Doch, ich hab Blätter. Doch, Blätter haben wir. Wir brauchen ein Essenlagerfeuer bauen. Ich brauche mein Tagebuch. Und ich brauche Feuer. Brauche ich hier. Wir müssen wieder hier hin, sodass das letzte Mal gut funktioniert. Soll ich was dazu machen? Was noch kleine? Ja, ich hab nicht genug kleine Stöcken. Hier steht die ganze Zeit in Verwendung. Das ist... Ja, Moment. Ich geh wieder weg. Bitte sehr. Perfekt. So. Benutzen. Unbekanntes Kraut. Trockene Blätter, geh. Schau mal. Welche denn da eigentlich haben? Hand? Uuu, was ist denn das? Was hast du denn? Ihhh, guck mal. An meiner rechten Hand. Uhhh, soll ich mit der Axt vielleicht mal... Gott, I can't use a tool. Du kannst mal dran lutschen. Nö, lass mal. Sind das deine Parasiten vielleicht? Ich hab keine Ahnung. So, ich hab hier... Ich weiß nicht, ob ich den... Ich hab ja doch Gürteltierfleisch. Eine Schnecke, kann ich die auch kochen? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, Pilze kann man anscheinend nicht kochen. Ich hab hier verschiedene Pilze. Und du hast da ne... Ich hab jetzt mal ne Schnecke und... Ja, ne Schnecke und Fleisch. Fleisch, geh mit mir. Und die Schnecke haben. Kann man denn Banane essen? Wieso findest du immer Banane? Ich find gar nix. Das ist total schlimm. Kann man irgendwo Blätter drauf werfen? Ne, ne? Ne, brauchst du doch nicht. Ist ja... Feuer ist ja noch. An... Unbekannter Pilz, verdorben. Was kann ich jetzt mit ihm machen? Wenn ich die auch... Rape zerstören. Ach, warte mal. Ich hab da noch nen Papagei. Ja, ist aber nur ne Hülle, ne? Also nen Körper. Ich weiß nicht, ob du den... Weiß ich nicht. Den musst du vielleicht eher... Das war jetzt aber nicht der Papagei. Naja, ich kenn ja gleich die... Was war das? Was? Was war das? Hier hat grad irgendjemand gelacht. Gehört? Deine Mutter vielleicht. Irgendwer hat hier grad ganz tief gelacht. So, hahaha. Hallo? Alter. Okay, vielleicht auch mal ne geistige Gesundheit, wo langsam zurückgeht, aber... Was ist denn jetzt mit deinem Tuck an hier? Ne, also den Papageien kann ich nicht aufs Essen ziehen. Warte mal, ich hab doch hier irgendwo ne Messer, oder nich? Ja. Mir nimmt das in meine Hand. Gott, I'm thirsty. Ich hör hier stimmen, das find ich nicht so gut. Ich hör keine. Mach dir keine Sorgen, alles gut. Wir brauchen Trinkbehälter. Kokosnuss hier. Kokosnuss hier, ja. Aber wo kriegt man so ne verkeimte Kokosnuss hier? Ja. 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 Ja.